Ich habe was Schönes für dich, und zwar mein neues kostenloses Hörbuch, das Wichtigste zum Thema Hochsensibilität. Es enthält all die Erkenntnisse der letzten Jahre, die ich hatte, und auch gerade Sachen, die nicht in Büchern schon stehen, zum Thema Hochsensibilität. Also auch zum Thema Grenzen setzen, das Prinzip dahinter, statt Grenzen setzen Übung, ja was ist denn die Grundlage von Grenzen setzen? Und auch, wie kann ich als Hochsensibler mit den Herausforderungen umgehen, die ich einfach als Hochsensibler Mensch habe? Wie kann ich von Reizüberflutung und Stress und überfordert sein mit meiner Wahrnehmung, hin zu einem erfüllten, glücklichen Leben kommen, wo ich einfach ich bin? Wo ich einfach nur ich bin. Also es geht nicht um Veränderungen, um Heilen, um irgendwas machen, sondern dich einfach annehmen, wie du bist, und schöne Erkenntnisse haben über Hochsensibilität, die mir geholfen haben, die tausenden Workshop-Teilnehmern und Kursteilnehmern geholfen haben, die sich bewährt haben. Das Schönste in Essenz, destilliert auf einen Tropfen, deswegen nur 35 Minuten und keine drei Stunden, kannst du es dir immer wieder anhören und sacken lassen. Ja, ich freue mich, wenn es dir zusagt, unten findest du es, und dann hören wir uns, beziehungsweise hörst du mich vielleicht gleich im Hörbuch.